Heute schauen wir uns mal an, wie man ganz verschiedene Papiertexturen in Photoshop erstellen kann. Und ihr werdet staunen, wie einfach das funktioniert. Dafür erstellt ihr euch einmal eine neue leere Ebene. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, hier erstmal eine Farbe auszuwählen, welches das Papier haben soll. Ihr könnt auch das Ganze zum Beispiel hier in weiß gestalten. Ich persönlich würde jetzt hier so eine helle beige Farbe nehmen. Dann gehe ich einmal auf OK und hier auf den Farbeimer klicke ich dann einmal rein, um dieses Feld zu füllen. Anschließend mache ich folgendes. Ich gehe mit einem Rechtsklick auf die Ebene in die Fülloptionen. Und hier habe ich dann den Punkt Musterüberlagerung. Falls ihr diese Muster nicht haben solltet, die ich hier gerade habe, dann müsst ihr einmal oben links auf Fenster gehen. Dann geht ihr hier auf Muster drauf. Und hier habt ihr dann die Möglichkeit, in dem Musterfenster oben rechts auf diese Striche drauf zu gehen. Und dann geht ihr hier einmal auf frühere Muster und mehr. Und wenn ihr da drauf klickt, dann bekommt ihr hier viele, viele weitere Muster, die euch Photoshop bietet. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, zum Beispiel dieses Muster hier auszuwählen, was einer Papiertextur schon ziemlich ähnelt. Und da kann ich dann hier bei dem Punkt skalieren. Hier dieses Muster auch noch etwas größer oder etwas kleiner aufziehen. Möchte ich die darunterliegende Farbe haben und nicht diesen Weißton, kann ich hier bei der Füllmethode einmal hier auf Multiplizieren stellen. Und siehe da, ich habe jetzt hier das Muster mit meiner richtigen Farbe. Und das kann man hier für viele verschiedene Papiertexturen genauso tun. Also ihr habt hier nicht nur diese Papiertextur, sondern ihr habt hier auch zum Beispiel etwas mit solchen Linien drinnen oder hier auch mit solchen Rastern drinnen. Also schaut euch da sehr gerne mal durch. Da findet ihr schon einige sehr coole Muster, die ihr dann auch nicht mehr selber erstellen müsst. Auch ein spannendes Thema ist künstliche Intelligenz in Photoshop und wie man gewisses Bildmaterial mit Photoshop erweitern kann, das werde ich dir in diesem Video hier erklären.